Zu der Zeit, da viel Volk da war und hatten nichts zu essen, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert des Volks, denn sie haben nun drei Tage bei mir verhaaret und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ungegessen von mir heimließe gehen, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn etliche waren von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, daß wir sie sättigen? Und er fragte sie, Wie viel habt ihr Brote? Sie sprachen, Sieben. Und er gebot dem Volk, daß sie sich auf die Erde lagerten, und er nahm die sieben Brote und dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, daß sie dieselben vorlegten, und sie legten dem Volke vor und hatten ein wenig Fischlein, und er dankte und hieß dieselben auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, sieben Körbe. Und ihrer waren bei viertausend, die da gegessen hatten, und er ließ sie von sich. Und also bald trat er in ein Schiff mit seinen Jüngern und kam in die Gegend Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen heraus und fingen an, sich mit ihm zu befragen, versuchten ihn und begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, Was sucht doch dies Geschlecht Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen geben. Und er ließ sie und trat wiederum in das Schiff und fuhr herüber. Und sie hatten vergessen, Brot mit sich zu nehmen und hatten nicht mehr mit sich im Schiff, denn ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, Schaue zu und seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteige Herodes. Und sie gedachten hin und wieder und sprachen untereinander, Das ist es, dass wir nicht Brot haben. Und Jesus vernahm das und sprach zu ihnen, Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr nicht Brot habt? Vernehmt ihr noch nichts und seid ihr noch nicht verständig? Habt ihr noch ein verstarrtes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht und habt Ohren und höret nicht und denkt nicht daran. Da ich fünf Brote brach unter fünftausend, wie viele Körbe voll Brocken hobet ihr da auf? Sie sprachen, Zwölf. Da ich aber die sieben brach unter die viertausend, wie viele Körbe voll Brocken hobet ihr da auf? Sie sprachen, Sieben. Und er sprach zu ihnen, Wie vernehmt ihr denn nichts? Und er kam gen Bezei da und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor den Flecken und spützte in seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sprach, Ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermal die Hände auf seine Augen und hieß ihn abermal sehen. Und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, Gehe nicht hinein in den Flecken und sage es auch niemand darinnen. Und Jesus ging aus und seine Jünger in die Märkte der Stadt Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten, Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Etliche sagen, du seist Elias. Etliche, du seist der Propheten einer. Und er sprach zu ihnen, Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Du bist Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und hob an, sie zu lehren. Das Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und über drei Tage auferstehen. Und er redete das Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich, fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrum und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, dass göttlich, sondern das menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinet und des Evangelii willen, der wird es behalten. Was helfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meiner Worte schämt und diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das wird sich auch des Menschensohns schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes mit Kraft kommt. Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrum, Jakobum und Johannem und führte sie auf einen hohen Berg besonders allein und verklärte sich vor ihnen. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß wie der Schnee, dass sie kein Färber auf Erden kann so weismachen. Und es erschien ihnen Elias mit Mose und hatte eine Rede mit Jesu. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesu, Rabbi, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mosi eine und Elias eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach, Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und bald danach sahen sie sich um und sah niemand mehr, denn allein Jesum bei ihnen. Da sie aber vom Berge herabgingen, verbot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis des Menschensohn auferstände von den Toten. Und sie behielten das Wort bei sich und befragten sich untereinander, Was ist doch das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, Sagen doch die Schriftgelehrten, dass Elias müsse zuvor kommen. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, Elias soll ja zuvor kommen und alles wieder zurecht bringen, dazu des Menschensohn soll viel leiden und verachtet werden, wie denn geschrieben steht. Aber ich sage euch, Elias ist gekommen, und sie haben an ihm getan, was sie wollten, nachdem von ihm geschrieben steht. Und er kam zu seinen Jüngern und sah viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen befragten. Und eisobald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen zu und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, Was befragt ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn und schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorret. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben und sie können es nicht. Er antwortete ihm aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mich mit euch leiden? Bringet ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm. Und eisobald, da ihn der Geist sah, riss er ihn und fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, Wie lange ist es, dass ihm dieses Widerfahren ist? Er sprach, Von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, Wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet. Und eisobald schrie des Kindesvater mit Tränen und sprach, Ich glaube lieber her, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk zulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihm. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und er ward, als wäre er tot, dass auch viele sagten, Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger besonders, Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, Diese Art kann mitnichten ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Und sie gingen von dann hinweg und wandelten durch Galilea und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Er lehrte aber seine Jünger und sprach zu ihm, Das Menschensohn wird überantwortet werden in die Menschenhände und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er am dritten Tage auferstehen. Sie aber vernahmen das Wort nicht und fürchteten sich ihn zu fragen. Und er kam gen Kapernaum und da er daheim war, fragte er sie, Was handelt ihr miteinander auf dem Wege? Sie aber schwiegen, denn sie hatten miteinander auf dem Wege gehandelt, welcher der größeste wäre. Und er setzte sich und rief die Zwölfe und sprach zu ihnen, So jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein vor allen und aller Knecht. Und er nahm ein Kindlein und stellte es mitten unter sie und herzte dasselbe und sprach zu ihnen, Wer ein solches Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der trieb Teufel in deinem Namen aus, welcher uns nicht nachfolgte, und wir verboten es ihm, darum, dass er uns nicht nachfolgte. Jesus aber sprach, Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn es ist niemand, der eine Tat tut in meinem Namen und möge bald übel von mir reden. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Wer aber euch tränket mit einem Becher Wasser in meinem Namen, darum, dass ihr Christo angehöret, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolden bleiben. Und wer der Kleinen einen ärgert, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt würde und er in das Meer geworfen würde. So dich aber deine Hand ärgert, so haue sie ab, es ist dir besser, dass du ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du zwei Hände habest und fahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Fuß, so haue ihn ab, es ist dir besser, dass du lahm zum Leben eingehst, denn dass du zwei Füße habest und werdest in die Hölle geworfen, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Auge, so wirf es von dir, es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Es muss alles mit Feuer gesalzen werden und alles Opfer wird mit Salz gesalzen. Das Salz ist gut, so aber das Salz dumm wird, womit wird man würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de die E. und die E. Vielen Dank.